Hallo Welt! Ich bin tot. Hallo Welt! Gleich zu Beginn. Immer noch in dieser kniffligen Situation vom letzten Mal. Wahrscheinlich muss ich irgendeinen Schweigerstand davor nehmen, wenn sowas überhaupt möglich ist. Vielleicht muss ich aber auch einfach da durch. Wieder ganz schnell in den Pip-Boy gehen. Irgendwas zum Schutzer nehmen. Ach, ich war schon drin. Ich dachte, ich wäre nicht drin. Ach ja, das wird jetzt ein bisschen dauern. Und ich weiß auch gar nicht, ob es hilft diesmal. Wo? Ja, Hilfsmittel. Da muss ich jetzt doch diese Zeitlupengeschichte da nehmen. Und zwar Psycho-Jet. Schade. Zeitlupengeschichte für 15 Sekunden. Oh ja! Oh yeah! Und? Wow! Und auf den Kopf! Und schieß, schieß, schieß! Schieß schneller, schieß doch! Schieß! Nein, 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 das bringt nichts. Ich muss umdenken. Doch, ich habe noch ein paar Sekunden. Aber ich könnte noch besser abspeichern jetzt! Was speichern! Und? Oh Mann! Mir geht's nicht gut. Ich muss irgendwas essen. Den leuchtenden Pilz. Den wollte ich schon immer probieren. Mutanten-Hundefleisch. Oh, das ist auch so verseucht alles. Und ich habe gar keinen Red-Away dabei, sehe ich gerade. Vielleicht ist es dann gar nicht so die beste Idee. Ähm, Stichflug. Oh, das ist alles so verseucht. Schmutziges Wasser. Naja, das bringt wenigstens 20. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, jetzt. Ja, Booth-Out brauche ich jetzt schon. Bei dem. Ähm, Gminots-Dout? Hm. Maulwurfsrattenfleisch und Mentos. Hm, das hier hat wenigstens 60. Okay. Das Geräusch war gut. Das ist nicht gut. Naja, wenigstens bin ich an einer besseren Stelle jetzt. Ja, wie war das? Wir standen gestern noch am Abgrund. Aber heute sind wir schon einen Stück weiter. Oh nein! Wieso ist der da hin? Der war vorhin nicht da, als ich gespeichert habe. Oder? Ich habe doch... Jetzt kann ich, glaube ich, nichts mehr tun. Ach, Inventor. Und Hilfsmittel. Und habe ich noch irgendwas... Irgendwas... Irgendwas Sinnvolles. Irgendwas, was mich ein bisschen... Ach, Booth-Out habe ich doch genommen. Blutpaket... 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 Naja... Glück... Hm. Ob ich das mal nehmen soll mit dem Glück? Stärke... 1, Maulwurfsrattenfleisch... Im Moment... Jetzt nochmal... Intelligenz und Wahrnehmung. Im Moment nicht so sinnvoll. Ne, hier ist nichts Sinnvolles mehr. Naja, da muss ich jetzt durch. Oh, ich will nicht tausendmal wieder sterben. Das macht doch gar keinen Sinn. Renn, 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 renn. Oh, Mann. Ja. Oh, tut mir leid, Lucrezia. Du machst schon was mit mit mir, was? Habe ich vorhin irgendwas genommen? Ich glaube nicht. Einfach wegrennen. Cool, perfekte Anzeigen. Ah, ich habe den leuchtenden Pilz gegessen. Und ich habe Red Hirschfleisch gegessen. Psychoabhängigkeit habe ich wenigstens. Und schmutziges Wasser habe ich auch noch getrunken. Buff Out ist auch noch drauf. Aber ich habe plus 50 dafür TP. Also kann mir doch eigentlich nichts passieren. Nein, ich... Renn, 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 renn. Die Steuerung ist für ein... Bis die sich erst mal gedreht hat. Ich muss jetzt erst mal... Jetzt nicht. Aber gleich werde ich die Steuerung fressen. Meine Güte. Ich brauche den ganzen Tisch hier. Weg, weg. Ach, Mann. Das gibt es doch nicht. Wenigstens weiß ich jetzt, dass ich... Da rumreißen die Maus. Und dann... Ja, mach schon. Mach. Ich will das nicht alles lesen. Jetzt. Mach weiter. Ja, und jetzt? Was war das jetzt? So. Jetzt werde ich mich nicht mehr aufregen. Das kann ja nicht gesund sein, sowas. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm. Ach, Kea. Meine. Nicht aufregen. Ist doch nur ein Spiel. Leute, das ist doch echt... Der stand da nicht, als ich abgespeichert habe. Jetzt steht er da auf einmal. Der cheatet und mit sowas will ich nicht spielen. Das ist doch ätzend sowas. Also aufstehen und wegrennen. Ich war doch vorhin schon fast in Sicherheit. Nur die Maus konnte ich nicht schnell genug umreißen. Verdammt. Wie schnell... Das ist doch... Das ist ein Scheiß. Jetzt rennen, 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 rennen. Ich bewege hier. Ich drücke und nichts. Sie bleibt stehen und lässt sich erschießen. Verdammt. Irgendwas anderes. Ich brauche jetzt irgendwas anderes. Der macht sich dann Spaß draus. Der ist doch noch gar nicht am Schießen. So schnell kann der sein Ding da abschießen. Das gibt es doch überhaupt nicht. Ich will... Ich will... Hilfsmittel, irgendwas noch. Ich habe aber nichts Gutes mehr dabei. Ich kann nur noch wegrennen oder einen ganz alten Spielstand nehmen. Ich will beides eigentlich nicht. Mann, das nutzt doch nichts. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht weg. Mann. Da brennen, ey. Ich drücke hier drauf und die bewegt sich nicht. Mann. Naja. Ne, das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. So. Wo habe ich das letzte Mal... Oh mein Gott. Naja, ne. Hier war das. Nein. Das war ja drei Etagen da drunter, oder? Ne, nutzt alles nichts. Jetzt muss ich das echt alles nochmal speichern. Spielen, meine ich. Und dann vernünftig speichern. Wie viel sind da jetzt noch? Das sind doch nur noch die zwei, hoffe ich. Die da oben. Äh, wo bin ich hier? Äh, 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 mhm. Oh Mann. Ja, so geht's manchmal. Manchmal geht's einfach nicht anders. Und jetzt habe ich die Orientierung verloren und weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Ich muss auf jeden Fall nach oben. Das Geräusch da. Was das ist? Ach, nee. Jetzt sind hier schon wieder... Och, so viele sind hier noch. Ein einziger war noch da. Aber was sollte ich denn machen? Der hat sich da auf einmal hingestellt, obwohl er gar nicht da zu stehen hatte eigentlich. Wow. Ja, so. Ganz toll. So. In den Kopf rein jetzt. Dann nutzt dir auch dein Helm nichts mehr. Ja, es sei denn, ich treffe daneben. Oh Mann. Ja, ja. Ach, ja. Ja, 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 ja. So ist das. Aber dafür habe ich das ganze Zeug jetzt noch. Zwei Granaten habe ich diesmal. Soll ich es hiermit mal versuchen? Die kann doch auch so einiges an Schaden anrichten. Aber ich brauche irgendwas, was schnell feuert, damit die sich gar nicht aufraffen können. Sozusagen. Wie ist mein Gehirn so löchrig, dass ich nicht mehr weiß, wo der jetzt war, der eine? Hier war er doch irgendwo oben. Ja, das leckt auch manchmal. Ich habe jetzt einfach irgendwo hingeschossen. Ohne zu zählen. Der saß aber. Oh mein Gott, das dauert ja jetzt ewig. Ich treffe aber. Anscheinend. Boah, warum ist das so warm hier? Ich habe keine Heizung an. Ich glaube, der Keller brennt. Moment mal, der Keller könnte wirklich brennen. Ach, egal. Ich spiele hier gerade. Wofür gibt es denn die Feuerwehr? Ich bin sowieso nicht befugt, mit einem Eimer Wasser da auf die Kabel loszulegen. Sind Kabel im Keller? Von mir. Hier, ich bin. So, Kopfschuss. Och, das richtet ja gar nichts aus. Wie wäre es hiermit? Kannst du damit was anfangen, Super Mutant? Nein, wohl auch. Ja, nicht. Ja, ja. Stimpack? Ich habe keinen Stimpack. Gleich dieses ekelige Zeug essen. Na, das brauche ich doch jetzt noch nicht zum Schluss. Und da sind sie. Na toll. Ich bin fast schon wieder tot. Ja. Ach, so Mist. Da ist genau das Gelände davor. Der kann mich doch nicht treffen hier, oder? Da, wo ist er denn? Da ist er. Ja, das hat ja keinen Sinn. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich spiele dann jetzt weiter bis an die Stelle mit dem Mutanten, der einen Namen hat. Und dann sehen wir uns wieder. Vielen Dank. Bis gleich. Macht's gut. Tschüss.